Herzlich willkommen bei Tipps und Tricks rund um das MyBolze Händlerportal. Mit dieser Anleitung möchten wir Ihnen die Funktion der Nachorder näher bringen. Diese Funktion hilft Ihnen dabei, bereits bestellte Artikel ganz einfach und schnell erneut zu bestellen. Los geht's! Nach der Anmeldung und der Auswahl Ihres Unternehmensaccounts in MyBolze befinden Sie sich auf der Übersichtseite. Hier wählen Sie bitte Nachorder aus. Sie können jetzt alle Artikel sehen, die von Ihnen in den letzten 365 Tagen bei uns schon einmal bestellt und bereits ausgeliefert wurden. Mit einem Klick auf Zuletzt geliefert an können Sie den Zeitraum jederzeit ändern. Um das Nachordern möglichst einfach zu machen, wird Ihnen zusätzlich die noch verfügbare Menge des Artikels und der frühestmögliche Liefertermin einer Teil- oder der Gesamtmenge des Artikels angezeigt. Die bereits georderten Artikel werden Ihnen mit den wichtigsten Informationen, wie dem letzten Lieferzeitpunkt oder der gelieferten Menge angezeigt. Ebenso wird Ihnen der entsprechende Lieferschein zu diesem Artikel angezeigt. Mit einem Klick auf die Lieferscheinnummer gelangen Sie direkt zum Lieferschein und können diesen komplett einsehen. Mit einem Klick auf den Zurück-Button gelangen Sie wieder in die Nachorder. Möchten Sie einen Artikel nachordern, klicken Sie einfach auf das Nachorder-Symbol. Ist der Artikel nicht mehr verfügbar, so können Sie sich Alternativen anzeigen lassen. Vielleicht ist ja etwas Passendes dabei. Ein Blick lohnt sich immer. Mit einem Klick auf den Zurück-Button gelangen Sie wieder in die Nachorder. Natürlich können Sie sich einen Artikel auch einfach erstmal auf die Merkliste legen. Dafür ist das Herzchen da. Wenn Sie noch einmal die Artikeldetails einsehen möchten, können Sie das jederzeit mit einem Klick auf das Artikelbild oder die Artikelnummer tun. Auch über diesen Weg können Sie einen Artikel nachbestellen. Zurück zur Nachorder gelangen Sie wie immer über den Zurück-Button. Die Nachorder bietet Ihnen zusätzlich diverse praktische Sortier-, Such- und Filtermöglichkeiten. Das ist gerade dann hilfreich, wenn sich sehr viele Artikel in der Nachorder befinden. Über das Feld Artikelnummer können Sie einen bestimmten Artikel durch die Eingabe der Artikelnummer finden. Über die Funktion Artikel filtern können Sie sich entweder nur auslaufende Artikel, nur bestellbare Artikel oder nur Artikel mit bzw. ohne Auftragsbestand anzeigen lassen. Auch die Spaltenköpfe können Sie zum Sortieren nutzen. Einfach auf den Spaltennamen klicken und die Artikel werden auf- bzw. absteigend sortiert. Eine Sortierung nach Lieferschein zeigt Ihnen so zum Beispiel schnell alle Artikel aus derselben Lieferung an. Am besten einfach mal ausprobieren. Einen ganz besonderen Nutzen bietet Ihnen unsere Servicefunktion E-Mail-Benachrichtigung. Wenn Sie diesen Service aktivieren, indem Sie den Schieberegler auf ON stellen, werden Sie alle vier Wochen automatisch per E-Mail über alle bei uns auslaufenden Artikel aus Ihrem Sortiment informiert. So wissen Sie, wann Sie spätestens Ihre Bestände prüfen sollten und können rechtzeitig nachordern, solange der Artikel noch verfügbar ist. Diesen kostenlosen E-Mail-Service können Sie mit einem erneuten Klick auf den Schieberegler jederzeit wieder abbestellen. Steht der Regler auf OFF, erhalten Sie keine weiteren E-Mails über auslaufende Artikel. Natürlich können Sie diesen Service später auch jederzeit wieder aktivieren. Also, worauf warten Sie noch? Viel Spaß beim Nachordern, Ihr Bolze-Team